Es scheint solz, ob Kesha ihre Musik nicht alleine macht. Sie hat Hilfe dabei. Und zwar sind es ihre Brüste. Der ausgefallene Star, sagte Conan O'Brien, alles über ihre komische Vorgehensweise beim Schreiben ihrer Lieder. Sie macht angeblich die Lichter aus, drückt ihren Oberkörper auf die Tastatur des Pianos und dann ist das Lied auch schon fertig. Kesha gab an, dass einige ihrer Lieblingssongs in ihrem neuen Album genauso entstanden sind. Es ist dieselbe Sängerin, die darauf schwört, dass sie eine sexuelle Beziehung mit einem Geist hat. Sie trinkt auch ihren eigenen Urin in ihrer Reality-Show My Crazy Beautiful Life auf MTV. Und wir haben sie auch in Beverly Hills gesehen. Wir denken, dass ihre neuen Lieder eine ganz besondere Größe haben werden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Vielen Dank.